Seit über 30 Jahren auf Erfolgskurs. Forever Living Products wächst immer weiter in einem der stärksten Zukunftsmärkte der Weltwirtschaft. 2,1 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Weltweit Millionen zufriedener Kunden und Partner in über 130 Ländern vertreten. Eine einzigartige Erfolgsstory. Kein Zufall, immer mehr Menschen entdecken die Vorteile einer gesunden Lebensführung. Ein weltweit expandierender Markt mit hervorragenden Wachstumschancen. Wellness-, Gesundheits- und Schönheitsprodukte liegen immer mehr im Trend. Genau hier bietet Forever Living Products eine umfangreiche Palette hochwertigster Produkte, die vielfach ausgezeichnet wurden für ihre außergewöhnlich hohe Qualität. Ob Körper- oder Gesichtspflege, Nahrungsergänzungen oder Wellnessgetränke? Forever Living Products bietet mit inzwischen über 180 Produkten und immer wieder marktgerechten Produktneuheiten das richtige Angebot für jeden, der sich für Wellness und gesunde Lebensführung interessiert. Als weltweiter Aloe Vera Marktführer verfügt Forever über eigene Plantagen und hochmoderne Produktionsanlagen, in denen von Anbau über Ernte bis zum Versand alle Schritte konsequent kontrolliert und gesichert werden. Deshalb wurden Forever zahlreiche international anerkannte Zertifikate verliehen. Als einzigem Unternehmen in diesem Segment, sowohl für sein Qualitäts- als auch für sein Umweltmanagement, auch von der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA. Die so gewährleistete Qualität und Vielfalt der Forever-Produkte sichert die Zufriedenheit der Kunden. Dazu kommt ein innovatives Vertriebssystem, bei dem die Produkte durch den jeweiligen Forever-Partner quasi direkt vom Hersteller an den Kunden geliefert werden. Der Network-Marketing ermöglicht einen persönlicheren Service und höhere Gewinnspannen und ist somit eine großartige Chance für jeden, der sich finanziell unabhängig machen möchte. Keine Gebühren, keine Lizenzen, kein Mindestumsatz, keine Abnahmeverpflichtung. Trotz des gewaltigen Wachstums und Erfolges ist Forever Living Products bis heute ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das ganz entsprechend den Wertvorstellungen des Gründers Rex Morn geführt wird. Qualität, Ehrlichkeit und Innovation stehen für das Unternehmen im Vordergrund. Und wie in einer echten Familie möchte Rex Morn jedem Einzelnen aus dem weltweiten Forever-Team die Gelegenheit geben, so erfolgreich wie möglich an diesem Geschäftsmodell teilzuhaben. Eine außergewöhnliche Chance für jeden, der sein Leben in die eigene Hand nehmen möchte. Hauptsitz von Forever Living Products ist das Head Office in Phoenix, Arizona. Dazu kommen über 130 Forever-Niederlassungen auf allen fünf Kontinenten, die nahezu alle zum Immobilienbesitz von Forever gehören. Die Zentrale für Deutschland befindet sich in Frankfurt, die für Österreich in Wien. Hier finden Sie kompetente Ansprechpartner für all Ihre Fragen und Wünsche. Von hier aus werden Schulungen und Weiterbildungsveranstaltungen organisiert. Forever Living Products ist in den letzten 30 Jahren zu einem international erfolgreichen Unternehmen herangewachsen. Das belegen unter anderem die über 5000 Hektar Anbaufläche in den USA, Mexiko und der Dominikanischen Republik, die Forever zum weltweit größten Hersteller, Produzenten und Vertreiber von Aloe Vera Produkten machen. Dafür stehen aber auch andere Unternehmenszweige, wie zum Beispiel die Forever Resorts, exklusive Urlaubshotels, Ranches und Hausboote in den USA, Südafrika und weltweit. Auch die aus der Fernsehserie Dallas bekannt gewordene South Fork Ranch zählt zu den vielen Immobilienschätzen von Forever. Der Erfolg von Forever Living Products ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter und zukunftsweisender Arbeit in einem weltweit wachsenden Markt. Denn Forever Living Products bietet Qualitativ hochwertigste Produkte für den täglichen Bedarf, Erfolg und Erfahrung in einem starken Wachstumsmarkt, durch zahlreiche Patente und Auszeichnungen nachgewiesene Kompetenz, persönlichen Service für Kunden und Partner und ein faires und bewährtes Geschäftsmodell für jedermann. Außerdem attraktive Bonusprogramme. Das ist die einmalige Gelegenheit für Sie, erfolgreich den Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit zu gehen. Bei vollkommen freier Zeiteinteilung, mit einem Geschäftsmodell, das sich in über 30 Jahren bewährt hat. Erfolg lässt sich planen und Erfolg lässt sich teilen. Forever Living Products ist dafür der beste Beweis. Nutzen Sie Ihre Chance. Greifen Sie zu. Jetzt.